Die letzte Handelswoche war geprägt von fallenden US-Staatsanleihenrenditen von einem Aktienmarkt, der weiter nach oben gegangen ist, dabei aber ziemlich volatil war. Aber diese Woche heißen Butter bei die Fische, denn wir bekommen nicht nur Inflationsdaten aus den USA, Dienstag die Verbraucherpreise, Mittwoch die Erzeugerpreise, sondern die US-Berichtssaison beginnt. Es wird Jerome Powell auftreten vor dem US-Kongress, möglicherweise Hinweise geben auf Tapering, ja oder nein, wann, wenn überhaupt und wieso. Und wir haben dann noch am Donnerstag in der Nacht, zum Donnerstag, die maßgeblichen Konjunkturdaten aus China. Und jetzt heißt es eben mal abgleichen, wie können die Staatsanleihenrenditen fallen, wenn die Inflation so hoch ist, Wie schaut es aus mit der Berichtssaison? Das werden jetzt die Themen sein, die interessant werden an den Märkten. Wir sehen hier die tägliche Bewegung beim S&P 500. Da ging es mal deutlich runter am Donnerstag, dann ging es noch etwas deutlicher rauf am Freitag. Hier unten sehen wir die Future-Bewegung am Freitag des E-Mini, also des maßgeblichen Future-Kontrakts auf den Leitindex S&P 500. Und wir haben natürlich den Wix Crush Friday gehabt, am Freitag wird die Wohler nach unten geprügelt. Das gehört schon so zur guten Tradition derzeit wie Hoffnungsmontage, die wir einst erlebt hatten, ob auf einen Handelsdeal, ob auf irgendwelche Impfgeschichten. Also man hat so bestimmte Rhythmen, die Algorithmen scheinen diesen Rhythmus so ein bisschen schon inhaliert zu haben, dass man einfach an bestimmten Tagen bestimmte Aktionen macht, da wird es dann Wahrscheinlichkeiten geben. Aha, am Freitag fällt die Wohler, das bedeutet meist, dass die Aktienkurse steigen, also werden wir uns schon mal so positionieren. Aber die Anleiherenditen sind gefallen in der letzten Woche. Normalerweise ist das nicht so gut, denn es deutet darauf hin, dass es möglicherweise mit dem Wachstum nicht mehr so toll ist. Hier mal eine Aufstellung zwischen der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe und dem US-BIP. Und wir sehen, wenn die Renditen fallen, ist das ja nicht gerade ein Zeugnis von maßgeblich dynamischem Wachstum, sondern es ist ein Warnsignal, dass das BIP möglicherweise doch leiden wird, dass also die Wirtschaft leiden wird. Und wir haben ja jetzt gesehen, Stimulus ist ausgelaufen in den USA. Jetzt müssen die Leute selber wieder arbeiten auf der einen Seite und müssen eben auch konsumieren. Auf der einen anderen Seite wird das funktionieren. Die Märkte indes, die leben noch in der, egal was kommt, wir steigen trotzdem Welt. Wir sehen hier Price-to-Earnings-Ratio bei 3,2. Also praktisch Marktkapitalisierung in Relation zu Umsatz bei den S&P 500 Unternehmen. Also billig ist es nicht, da muss schon eine gute Zukunft kommen. Zumal absehbar ist ja, dass das Gelddrucken der Notenbanken zwar nicht vorbei ist, aber zumindest nicht mehr wird in nächster Zeit, also die Unterstützung der Geldpolitik nicht mehr wird. Dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns mal an, was mit dieser Berichtssaison eigentlich los ist. Wir dürften durchschnittlich einen Anstieg gesehen von 24 Prozent bei einer Durchschnitts-Naktie im S&P 500. Also da dürfte durchaus einiges passieren. Wenn wir das Ganze dann mal hochrechnen, dann werden wir wohl in diesem Jahr bei 35 Prozent Gewinnwachstum sehen. Also das ist das, was letztendlich hier die Bewertungen rechtfertigen soll. Weil eben dieser Anstieg der Gewinne, schauen wir uns mal an, wo diese Gewinne erwartet werden, dann vorwiegend im Industriesektor. Hier 355 Prozent, Consumer Discretionary, also die Dinge des täglichen Bedarfs. Nicht das Discretionary, ist nicht das Staples. Es gibt Consumer Staples, Consumer Discretionary. Wir haben Materials, Financials, also all die, die von dieser Reopening Story, von der Inflationsstory eigentlich profitieren sollten. Unten sind eben Consumer Staples, Real Estate, Utilities, diese defensiven Branchen. Die dürften eher wenig auf die Reihe kriegen. Konkret jetzt mal zu den Zahlen. Wann passiert was? Wir haben die Finanzwerte vor wegen Goldman Sachs und JP Morgan ab morgen, also morgen Dienstag, dann BlackRock, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America. Und so langsam geht es dann los. Microsoft wird dann in der nächsten Woche das erste wirklich ganz, ganz große Schwergewicht sein, das die Zahlen berichtet. Aber jetzt geht es eben los. Jetzt kommt der Abgleich mit der Realität. Wie viel ist korrekt eingepreist worden in die Märkte? Zu wenig eingepreist angesichts toller Zahlen. Aber kann das weitergehen, wenn das Wachstum letztendlich doch wieder ein bisschen sich abschwächen wird? Aber Märkte interessiert das so lange nicht, solange der monetäre Faktor eben zentral ist. Wir haben jetzt ein neues Allzeithoch bei den Notenbankbilanzen mit 24 Billionen. Die FED, die Bank of Japan und die EZB, die FED, bleibt über der 8 Billionen Marke. Hat damit 37 Prozent in Relation zu dem BIP. Das BIP der USA ist ja so um und bei 21, 22 Billionen. Also die Notenbanken, die haben das jetzt in der Bilanz, was die Amerikaner in einem Jahr produzieren. Und man war durchaus fleißig in den USA. Wir sehen hier, die Amerikaner haben Staatsanleihen und Banknoten in den letzten vier Monaten im Volumen von einer Billion Dollar mal eben wieder aus dem Nichts schöpfen können. Es wird immer so weitergehen. Und dementsprechend steigen die Bewertungen. Ist das das Mantra, das derzeit gültig ist? Höher, schneller, weiter. Dann müssen eben auch Assetpreise steigen, so wie es derzeit aussieht. Und da will man nicht aufhören damit. Lagarde hat gesagt, also angesichts der schwachen Wirtschaft, gell, da müssen wir noch ein bisschen weiter drucken. Und vielleicht werden wir dann im Juli jetzt mal was Neues verkünden. Das bleibt alles noch ein bisschen rätselhaft. Das PEP dürfte auslaufen, also dieses Hilfsprogramm. Und dann nennt man das Kind halt anders, gibt einen anderen Namen, aber druckt weiter fleißig Geld. Hurra! Es wird unbedingt gut gehen, zumal jetzt auch China, China, China umgesteuert hat. Man hat ja jetzt die Anforderungen für Banken, die Reserveanforderungen für Banken gesenkt. Damit die Geldpolitik maßgeblich wieder gelockert. Der chinesische Kreditimpuls war zuletzt negativ. Normalerweise kommt das mit der Verzögerung einiger Monate dann in den Westen. Jetzt könnte es sein, dass eben dieser Impuls sich dreht, dass China offenkundig jetzt was machen muss. Denn, wie gesagt, am Donnerstag sind ja die Zahlen Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze etc. kommen aus China. Das deutet darauf hin, dass möglicherweise die Zahlen nicht so toll ausfallen, wenn jetzt eben die Führung in Peking ein bisschen umgesteuert hat. Und dieser negative Kreditimpuls, nicht nur, aber vorwiegend aus China, dürfte dann eben auch jetzt erst noch ankommen im Westen, bevor dann der Kreditimpuls wieder dreht aus China, was dann aber wieder mit Monaten Verzögerung später ankommt. Also Sie sehen, es ist eine offene Frage, ob diese Wirtschaft, ob die Inflation weiter wirklich nachhaltig in irgendeiner Form steigen kann, wenn China schon auf die Bremse getreten hatte und jetzt wieder versucht, den Fuß aufs Gaspedal zu kriegen. Das sind so die Dinge, die man sich fragen muss. Wir haben die Welternährungspreise das erste Mal im Juni jetzt fallen sehen, hier nach neuesten Zahlen. Allerdings sind wir nach wie vor extrem hoch auf dem höchsten Stand des Jahrzehnts oder seit zehn Jahren. Und wir haben auch in Deutschland möglicherweise erste Anzeichen von Lohnsteigerung. Hier hat mir jemand netterweise dieses Bild zugeschickt. McDonalds ab sofort Einstiegslohn, mehr Einstiegslohn ab sofort 10,50 Euro. Also das, was in den USA schon der Fall ist. Das dürfte hier auch langsam kommen. Wir haben ja tendenziell ein demografisches Problem. Immer weniger Jüngere müssen immer mehr ältere Rentner dann finanzieren. Das heißt, es gibt weniger Arbeitskräfte und diese wenigeren Arbeitskräfte, die sind dann in einer anderen Verhandlungsposition und können eben im großen Bild, im längerfristigen Bild ganz andere Forderungen stellen gegenüber den Arbeitgebern als noch vor den Zeiten oder in den Zeiten, als Gerhard Schröder die Hartz-IV-Reformen durchgebracht hat. Da waren die Arbeitgeber am Drücker. Jetzt verschiebt sich das. Es ist ein langsamer Prozess, aber es ist ein Prozess, der mit großer Sicherheit aufgrund der Demografie abläuft, dass eben die Arbeitnehmer in andere Verhandlungspositionen kommen. Und das ist strukturell inflationär. Das ist vielleicht das gewichtigste Argument in Sachen, wir haben jetzt ein neues Zeitalter der Inflation erreicht und sind raus aus diesen deflationären Tendenzen. Vielleicht haben die Notenbanken das noch nicht mitgekriegt. Es wäre ja möglich, die versuchen, die Inflation nach oben zu kriegen, obwohl der Zug schon längst abgefahren ist in diese Richtung, sie jetzt möglicherweise schon bremsen müssten. Wir werden es sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und Ciao und Trost für die Engländer. Aber gegönnt habe ich es doch eher den Italienern, muss ich sagen. Die haben einfach den besseren Fußball gespielt. Das ein Abschiedswort. Servus, Ciao.